Seit dem Ende des Kalten Krieges hat sich zwischen Russland und China eine regelrechte Partnerschaft entwickelt. Der Handel zwischen den beiden Ländern nahm zwischen 2005 und 2006 um 30 Prozent zu. Ob sie angesichts ihrer durchaus widersprüchlichen Beziehungen aber tatsächlich Partner sind, wollen wir heute untersuchen. Russland ist das größte Land der Erde und hat eine Ost-West-Ausdehnung von über 10.000 Kilometern. In Europa vergisst man oft, dass es auch an China grenzt. Die russisch-chinesische Grenze ist von der Mongolei bis zum Pazifik über 4.300 Kilometer lang. Die Beziehungen zwischen den beiden Staaten reichen weit zurück. Zum ersten Mal trafen Russen und Chinesen im Einzugsgebiet des Amur gegen Ende des 17. Jahrhunderts aufeinander. Als das chinesische Kaiserreich der Qing-Dynastie die russische Expansion nach Osten für nahezu 200 Jahre aufhielt. Im 19. Jahrhundert nutzte Moskau die Schwäche des chinesischen Staates aus und eroberte die Gebiete nördlich des Amur. Im 20. Jahrhundert kam es dann zur Annäherung zwischen der sowjetischen und der chinesischen KP, schon lange bevor Mao 1949 an die Macht gelangte. Ab den 60er Jahren waren die Sowjetunion unter Khrushchev und die Volksrepublik unter Mao dann eher Rivalen als Verbündete. Und die Beziehungen zwischen Peking und Moskau wurden erst nach dem Zerfall der UdSSR wieder besser. 1996 schlossen beide Staaten eine strategische Partnerschaft und 2001 einen Freundschaftsvertrag, in dem sie sich zu Zusammenarbeit und guter Nachbarschaft verpflichteten. Doch welche Interessen verfolgen die beiden Staaten eigentlich? Zunächst wurden im Rahmen ihrer Partnerschaft 2004 zwei Grenzkonflikte beigelegt. Das wollen wir uns näher ansehen. Der erste Streitfall betraf die Inseln Bolshoi und Menkeseli im Amur-Quellfluss Argun. Sie waren Anfang des 19. Jahrhunderts von China an Russland abgetreten worden und wurden nun im Vertrag von 2004 zurückgegeben. Der zweite Streitfall betraf die große Usuri-Insel und die Tarabarov-Insel im Amur. Im Vertrag von 2004 einigte man sich darauf, dass die Russen Tarabarov und den Westteil der großen Usuri-Insel an die Chinesen abtraten, obwohl diese die gesamte Insel für sich beansprucht hatten. Aber die Übereinkunft war auch ein Zugeständnis Moskaus, denn die beiden Inseln waren eine Pufferzone zwischen der russischen Militärstadt Khabarovsk und China. Die Beilegung dieser Grenzkonflikte ist demnach ein Fortschritt bei der Annäherung zwischen den beiden Staaten. In wirtschaftlicher Hinsicht sind von den russisch-chinesischen Beziehungen vor allem der Waffenhandel und der Energiesektor betroffen. Russland ist der zweitgrößte Exporteur von Erdöl und Erdgas der Welt und ist natürlich für China als viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt mit ihrem immensen Energiebedarf von großem Interesse. 2006 wurden vier Verträge im Energiebereich abgeschlossen. Einer dieser Verträge betrifft eine Abzweigung der in Taishet begehenden Ölpipeline, die nach Skoworodino und später eventuell nach Nachotka verlaufen soll. Ein zweiter Vertrag betrifft den Bau von zwei Erdgasleitungen nach China. Durch die eine im Westen soll Erdgas aus Westsibirien nach Urumqi und von da aus durch das chinesische Leitungsnetz in den Rest des Landes gelangen. Durch die andere soll im Osten Erdgas nach China gelangen, das auf der Insel Sachalin und in Jakuzien gefördert und nach Wladivastok geleitet wird. Die beiden weiteren Verträge betreffen direkte Stromlieferungen an China und Kooperationsprojekte in der Erdölförderung. Der Waffenhandel ist der zweitgrößte Posten im Handel zwischen beiden Ländern. Seit 2000 ist China das größte Waffenimportland der Welt. Der Verteidigungshaushalt des Landes steigt ständig und Russland liefert ihm 93 Prozent seiner Waffen. Zwischen 1992 und 2004 kaufte China russische Kriegsschiffe, U-Boote, Kampfflugzeuge, Radaranlagen und Raketen. Außerdem liefert Russland Holz, Metall und Erz an China, das Russland seinerseits Nahrungsmittel und Ausrüstungsgüter liefert. Außerdem wurden 2007 50.000 chinesische Autos nach Russland geliefert. Zwischen 2000 und 2006 stieg das Handelsvolumen von 8 auf 28 Milliarden Dollar. Nun zum militärstrategischen Teil der chinesisch-russischen Partnerschaft. In einem größeren Zusammenhang wird deutlich, dass der strategischen Partnerschaft zwischen den beiden Ländern ähnliche außenpolitische Ziele zugrunde liegen, und zwar die Wahrung mehrerer Machtblöcke gegenüber dem amerikanischen Unilateralismus. China und Russland verfügen über Atomwaffen und sind ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrates. Seit dem Ende des Kalten Krieges versuchen sie das internationale strategische Gleichgewicht zu bewahren und stützen sich bei der Regelung internationaler Angelegenheiten auf die UNO. 2005 führten sie auf der Halbinsel Shandong ein gemeinsames Manöver durch, mit dem sie ihre Fähigkeit unter Beweis stellen wollten, im Auftrag der UNO in einem fiktiven, von ethnischen Konflikten erschütterten Staat die Ordnung wiederherzustellen. Und es war ein deutliches Signal gegen die USA und deren militärische Vormacht im Pazifik. Die Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit, die 1996 von China, Russland und mehreren zentralasiatischen Staaten gebildet worden war, reagiert mehr und mehr auf den Einfluss der USA, der seit den Anschlägen vom 11. September 2001 in der Region zunimmt. Bei dem Gipfeltreffen der Organisation im Juni 2005 war der wichtigste Beschluss eine gemeinsame Erklärung zur Befristung der amerikanischen Militärpräsenz in Zentralasien. Usbekistan ließ daraufhin Ende 2005 den Stützpunkt Karshi-Kanabas schließen, den es seit Ende 2001 an die USA verpachtet hatte. Peking und Moskau haben also durchaus gemeinsame wirtschaftliche und strategische Interessen. Andererseits ist die Partnerschaft unausgewogen, da beide Länder einander auch erheblich misstrauen. Zunächst einmal bleibt Russland, auch wenn sich der Handel zwischen 2000 und 2006 verdreifacht hat, weiterhin ein zweitrangiger Handelspartner Chinas, weit hinter den USA und Japan. Außerdem sind 90 Prozent der russischen Exportgüter Rohstoffe, während China eine große Vielfalt an Fertigwaren nach Russland exportiert. In Moskau fürchtet man, dass die wirtschaftliche Abhängigkeit von China zunimmt und der russische Ferne Osten zu einer chinesischen Rohstoffreserve wird. Das zweite Ungleichgewicht betrifft die Bevölkerung. Insgesamt stehen 143 Millionen Russen 1,3 Milliarden Chinesen gegenüber. Und beiderseits der gemeinsamen Grenze ist die Bevölkerungsdichte sehr unterschiedlich. Im fernen Osten Russlands leben sieben Millionen, in den chinesischen Grenzprovinzen 110 Millionen Menschen. Deshalb befürchtet man auf russischer Seite, dass die eigenen Gebiete zunehmend unter chinesischen Einfluss geraten, umso mehr als sie erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts zu Russland gehören. Und die chinesischen Schüler lernen weiterhin, dass ihr Land vom zaristischen Russland um eine Million Quadratkilometer beraubt worden sei. Obwohl in Wahrheit wohl kaum mehr als 50.000 Chinesen in Russland arbeiten, wird deren Anwesenheit von den russischen Medien und von bestimmten Parteien instrumentalisiert. Andererseits sind die chinesischen Migranten angesichts der niedrigen russischen Geburtenraten womöglich inzwischen unersetzlich geworden. In strategischer Hinsicht musste Peking mehrmals feststellen, wie begrenzt Moskau Solidarität ist. So widersetzte sich Russland zum Beispiel dem Verkauf von militärischer Spitzentechnologie an China. Und als sich Peking nach dem 11. September 2001 aus energiepolitischen Gründen für die Zentralasiatischen Republiken interessierte, nahm Moskau die Dornierung von US- und NATO-Kräften in Kauf. Beide Länder streben danach, Weltmächte zu sein und verfolgen ähnliche außenpolitische Ziele bei solch problematischen Themen wie dem Iran, Kosovo, Burma und Darfur. Aus Moskauer Sicht ergänzen die Beziehungen zu Peking die zu den USA und zu den europäischen Staaten und werden oft in dieser Hinsicht ausgenutzt. Aus der Sicht der chinesischen Regierung gewährleisten die Beziehungen zu Russland die Sicherung der Energieversorgung und stärken die chinesische Stellung als regional- bzw. Weltmacht. Die angebliche chinesische Bedrohung ist in erster Linie politischer Natur. China wird zunehmend zu einem globalen Protagonisten bei internationalen Entscheidungen. Trotzdem gilt in der russischen Militärdoktrin ein Konflikt mit China immer noch als eine mögliche Gefahr im Osten. Wie man sieht, beruht die chinesisch-russische Partnerschaft also auf wohlverstandenen Interessen, aber nicht auf gemeinsamen Werten.